Hi Leute und herzlich willkommen zurück bei Feed the Beast mit AK. Yeah. Ja und... Ja, wir machen jetzt einfach mal weiter und ich bin hier schon kräftig im Haus bauen und er war ab... Ich hab einen Quarzquistel gefunden! Damit kann man glaube ich verzaubern, aber ich bin mir nicht sicher. Oder ne? Wo ist ein Ofen? Da ist ein Ofen. Also alles gut, also kann ich schon mal mein Schwein braten. Ich hab ja so ein Schwein! Ich hab ja so ein Schwein, dass ich mein Schwein braten kann, Alter. Aha. Äh, so, zack, zack. Ähm, hast du Eisen gefunden zufällig? Nein, immer noch nicht. Schade, schade, schade. Also Sneaky bringt uns vermutlich am Ende dieser Aufnahme um, weil er bemerkt, dass wir ohne ihn aufgenommen haben. Ja, weil er im Moment irgendwie auch ein bisschen im Stören ist. Ja, er ist am Flamen einfach nur. Er ist einfach nur am Flamen. Und das kotzt sowas von an gerade. Also Sneaky, falls du das hier siehst, tut uns leid, aber du nervst gerade ein bisschen. Ja, zumindest gerade. Vielleicht wird's ja später besser. Vielleicht schaffst du's endlich mal, dein 5B zum Laufen zu bringen und dann flamst du nicht mehr so viel und dann ist alles gut, aber zur Zeit ist es einfach ein bisschen störend, wenn du die ganze Zeit in die Aufnahme rein rummotzt. Also... Wache Worte, aber sie stimmt. Ich mein's echt, ich mein's echt nicht persönlich, aber du kennst mich ja. Ich bin ein Arschloch teilweise, aber hat seine Berechtigung. Wir haben 15 Copper Aura. Okay, am besten nicht so viele in den Ofen packen wegen nem Macerator oder Meserator oder so, den wir nachher noch brauchen können. Ja, ne, ich hab gar keine in den Ofen gepackt. Ja, okay. Ähm, ich guck jetzt mal... Hey, wir haben geiler Worte, 6 Kohle. Hab ich gefunden. Generator, Refined Iron Furnace würde ich als erstes mal machen, dafür brauchen wir... Refined Iron. Ja. Nein, für den Iron Furnace brauchen wir nur Iron. Und zwar so wie ne Kiste angeordnet. Ähm, Treppenstufen, Treppenstufen... Zack, 4 Stück. Also fang ich mal an weiter zu Stripmine, auch wenn die Zuschauer es langweilt, es muss sein. Genau. Und ich entschuldige mich immer noch für die 14 Frames, die ich nur habe. Aber es werden dann Aufnahme zur Aufnahme mehr, mein Computer läuft warm. Wow. Äh, bei mir werden's langsam so 17 bis 20. Ja, jetzt hab ich schon 15, selbst wenn ich auf den Boden schaue, hab ich 14 Frames. Wow, wenn ich gerade ausschaue, hab ich 24. Zack, und dann können wir auch noch... Jetzt wird ja langsam ein Augenschmaus anstatt ein Augengraus. Ah, ich frag mich nur, wie das in den Rühr... Falls ihr die Sendung kennt, Gaumenschmaus oder Gaumengraus. Und ich war mal wieder Gaumenschlau und hab Scheiße. Und hast Scheiße. Ja, und hab vergessen, mir in eine neue Spitzhacke zu machen. Yippie-yayay, Schweinebacke. Die arme Schweinebacke hat zwar nichts damit zu tun, aber ich mag sie. Und meine Schoffel ist gerade kaputt gegangen. Und ich bin gerade irgendwie besser drauf als vorher, weil vermutlich nicht Sneaky da ist, der mich gerade runterziehen will. Aber egal, hacken wir nicht auf den armen Kerl rum. Er hat's schwer mit seinem schlechten Computer. Okay. Tut mir leid, wirklich. Ich bin gerade voll assig drauf. Vielleicht war's, weil du mich genervt hast, aber... Ich glaub, ich hab wieder Copper gefunden. Ah, sehr gut, sehr gut. Das läuft doch hier wieder ums Schnücheln. Wie war das? Wie war das? Copper findet man voll selten? Ja, irgendwie schon. Also ich guck ja bei anderen Let's Player und da... Ja, ich weiß! Zumindest bei Techit findet man's sau selten. Äh, nee, da ist keine Höhle und ich hab jetzt schon wieder Copperohre, sechs Copperohre gefunden. Wie kann ich denn da draufklicken? Oh... Mit rechtsklick, linksklick, mittlere Maustaste, vielleicht auch noch... Ähm... Mittlere Maustaste? Na... Hm. Ja, e-Batterie. Wieso ist es nicht klar, dass mittlere Maustaste bei Minecraft nicht belegt ist? Ja, eh... Doch, äh, für... Äh, Inventory Tweaks ist das belegt. Echt? Ja, da kann man mit seinem Inventor sortieren. Ja, eh... Battery, da haben wir sie. So, wie kraftet man sich hier? Stimmt! Scheiß, die waren dann, das wusste ich noch gar nicht. Ah! So, gehst du jetzt? Nein! Ich kann nicht nachgucken, wie man eine E-Batterie macht. Hallo! Aufzwingen! Ach, jetzt ab. Okay, wir brauchen Tint, zwei Redstone und ein Copper Cable. Und das Copper Cable macht man so. Also, da war für... Wir brauchen Rubber Trees. Aber ich glaub... Äh, das Blöde ist, wir sind hier auf einer Insel gespawnt. Und... Äh, wenn ich es hinbekomme... Nein, ich will kein Waypoint machen. Äh, ich kann euch leider nicht... Äh, X drücken. Äh, für Fullscreen. X. Und Z für Zoom. Ja. Ähm, wie ihr seht, wir sind hier auf einer Insel drauf. Stimmt, das muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Ja, okay, da geht die Insel noch ein bisschen weiter in die Richtung. Aber... Ähm... Ja, das ist halt ein bisschen blöd, weil wir haben hier keine anderen Biome. Wir haben nur das... Die Insel, die ist verdammt klein, würde ich sagen. Ja. Dann denke ich, dass das hier so unser Außendomizil sein werden wird. Äh, und dass wir uns dann demnächst, ähm... Ein... Ein Festland suchen werden. Ein Festland, ein Brotbaum. Und dann... Ein Brotbaum! Ich hab gerade Brotbaum verstanden. Hast du wirklich Brotbaum gesagt? Nein. Brotbauen. Ach so, Brotbauen. B-O-O-T. Genau. Aber vielleicht sollte man als allererstes mal... So, die Brotrappe schon mal gebaut. Äh, sich ein Haus bauen, damit man schon mal wenigstens was Festes hat. Und vielleicht mal, falls man Schafe findet, Schafe scheren. Schafe scheren. Ich brauche drei... Copper. Dann sch... Ich schmelze schon mal... Äh... Ich schmelze schon mal drei Copper ein. Kann man nicht auch eine Copper Spitzhacke machen? Äh, ne, das geht nur mit Bronze. Bronze. Aber... Wenn man Bronze und Copper und... Äh, ne, wenn man Tin und Copper in die Backband schlägt, bekommt man Bronze. Und daraus kann man sich gute Rüstung machen. Okay, super. Glaube ich mal. Glaube ich mal. Glaub, lass nicht bitten. Aber... Ja. Äh, sonst kann ich ja auch noch in Not Enough Items reingucken. Zack. Oder, anders gesagt, Too Many Items. Nein, das ist Not Enough Items. Ist mir egal. Ich find Too Many Items besser. Ich hab lieber zu viele Items als zu wenig. Nicht. Nicht genug Items. Ja, eben. Und ich hab lieber zu viele Items als nicht genug Items. Okay. Dafür brauchen... Gut. Also, Kohle... Kohlemangel uns jetzt erstmal nicht. Also, Kohleadern gibt's hier sowas von viele. Okay. Aber Eisen? Hast du Eisen? Wir brauchen Eisen. Und Kohle. Oh, da ist Kohle. Aha. Mann, blöde Kohleader. Ich will eigentlich gar nicht mehr Kohle abbauen. Aber es gibt immer wieder Kohle. Scheiß Kohle. Jetzt schmeiß ich das auch noch mit. Übrigens, falls ihr euch fragt, wieso so ganz plötzlich die Dunkelheit kommt. Das ist, weil ich Smooth-Lightning ausschalten musste, zugunsten von mehr Frames. Wo ich hier interessanterweise unter der Erde, wo eigentlich nichts zu animieren ist, sieben Frames habe. Tja, Minecraft halt. Man kennt's ja. Minecraft XD. W. Wehe. Die Kupfer... Nie... Kupferader geht es... Äh, die... Nicht die Kupferader. Hei! Kupferader wäre richtig schön. Aber nein, Kupferader gibt es nicht. Doch, klar. Kopfer ist Kupfer. Ich weiß, aber es gibt keine Ader, die ich gefunden habe. Ach so. Okay. Zack, zack. So. Und dann haben wir hier noch ein paar Stellen. Ah, ich mag diese blöden, großen Bäume nicht. Da hackt man ewig dran, die abzubauen. Ja, da hackt man ewig rum und dann im Endeffekt bringt es auch doch nichts. Ja. So. Da ist noch was. Geilerweise, wenn ich unter der Erde in den Himmel schaue, gibt es 20 Frames, wenn ich in den Boden schaue. Wenn ich gerade ausschaue, 8. Dann, dann, dann. Tja, wird bald mal ein PC-Upgrade notwendig. Aber erst, wenn ich den leer habe. Dann, ja, ist ja nicht mehr so lang. Zwei Jahre. Oh. Okay, egal. Egal, ich spare jetzt einfach, obwohl ich mache ja dann erstmal den Führerschein. Ach was, Computer ist wichtiger. Nein, ich mache wirklich erst den Führerschein, weil dann kann ich zu meinem Lehrer fahren und sowas. Okay. Äh, scheiße, ich habe wieder Angst, dass dieser B... Ein Creeper kommt! Boah. Boah, Leute, guckt mal, guckt mal bei mir auf die Minimap. Da ist einfach nur, äh, eine so eine Karawane. An Creeper. Äh, ich würde da nicht lang laufen. Da lang? Warte. Warte. Warte, ich komme runter. Da ist ein schwarzes Schaf, da ist ein schwarzes Schaf, da ist ein weißes Schaf und die küssen sich. Oh mein Gott. Äh, ja, du sollst wirklich kaum runterkommen. Da bist du. Oh, da ist er. Okay, warte, ich komme. Wir bräuchten echt mal Scheren. Ja, äh, zumindest wir bräuchten mal ein Bett. Ja eben, wie gesagt, Scheren. Und ich habe zwar ein Kopperohr, aber ich habe nichts zu essen. Hallo. Äh, ja, die verfolge ich ja. Brauchst du was zu essen? Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Essen, 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 essen. Ja. Wird nicht verreckert, während ich hier unten stehe. Jetzt plötzlich habe ich 23 Frames. Ihr wollt's mich doch verarschen. Scheiß, Minecraft, verarsch mich. Äh, Ausstieg, Ausstieg, Ausstieg. Wo geht's hier nochmal hoch? Oh, 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 nein, hier will ich nicht lang. Ich habe Ohre gefunden, ich habe Ohre gefunden, aber ich habe keine Spitzhacke mehr. Dank, dank. Äh, was für Ohre? Keine Ahnung, die Kopperohr, das andere, dieses, dieses Orak-Ohre, oder wie es heißt. Okay. Zack. Zack. Und wir müssen uns ja mal hier einen Auf-Auf-Auf-Gang bauen. Ja. Oder ich zumindest. Denn du bist ja beschäftigt. Ja, ich baue hier ja auch gerade einen Aufgang. Hast du Eisen gefunden? Nein. Ja, wir brauchen Eisen. Ja, komm, geht da hoch. Zack, zack. So, da, da. Hallo. Ey, stehst du bitte mal nicht in mir drin, weil dann kann ich... Okay. Ja. Ähm, da oben ist der fette Mond, wir haben Halbmond. Halbmond? Halbmond, halbmond, halbmond. So, zack und zack und zack und da ist ein Aufstieg und wir sind wieder oben. Yay! Und hier ist die Kiste. Ja, ich habe hier oben weg. Ja, stylisher Kiesweg. Wie viele Copperohre haben wir jetzt eigentlich schon? Äh, ich habe eine im Inventar. Wir brauchen... Wir haben schon 8 Copper und 6 Copperohre. Und nochmal 6 Copperohre und das ist... Da, Hilfe! Awesome! Und ich habe schon 64 Kohle und noch 2 Kohle. Hey, wo ist mein Holz denn? Ah, Gott, mein Holz. Äh, was haben wir? 64 Kohle. Ah, sehr nice, sehr nice, sehr gut. Aber ich muss mir jetzt endlich mal Werkzeuge machen und ich brauche Holz. Ja, ja, ja. Bitte schön. Ah, kriegst du noch mehr. Dankeschön. So, und ich fange mal hier am Haus weiter. Und wir brauchen Eisen. Zwei Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Zack, zack, zack. Oh. Ne. Ich muss da vorbei. So, zack, 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 zack. Ist das gleich gut? Ja, perfekt. Und hier stehen übrigens schon unsere Boote. Und die habe ich jetzt abgebaut. Boote? Ja, ich habe schon 2 Boote gemacht. Alter, verarsch mich halt. Guck hinter dich. Was ich auch mal ausprobieren wollte jetzt, war das hier. Und das hier. Das hier. Und das hier. Nein. Und ich weiß zwar nicht... Ich habe kein Watz mehr. Hast du noch Holz übrig? Baumstämme. Baumstämme. Äh. Jo, was hast du da? Was hast du da in der Hand? Boah, Regal. Ist ja episch. Ja, schau mal, schau mal, schau mal. Ich baue das jetzt mal hier hin. Boah. Hallo, Regal. Kann man irgendwas mit dir machen? Ja, ist ja geil. Krass. Krass, krass, krass. Oh. Nein, das wollte ich gar nicht. Ach, da kann man auch einfach nur Rechtsklick drauf machen. Okay. Äh, was war meins? Na ja. Ja, geil. Und da kann man einfach Rechtsklick auf die Items machen und kriegt sie wieder. So. Zack. Da ist noch deins. Geil. Okay. Also, man kann die, man kann auch wahrscheinlich unendlich reintun. So wie ich das gerade sehe. Okay. Also, äh, bisschen. Na, du hast wieder mein Holz. Ein unendlich, zwei unendlich, drei unendlich. Gib mal mein Holz. Holz, 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 Holz. Ich hab nur vier Holz. Ja, ich brauch zwei. Holz, Holz, Holz. Ja. Hallo. Hallo Holz. So, okay. Jetzt muss ich da einmal. So. Und, äh, dann ist auch die Folge schon wieder rum. Fast. Oder? Leg mich auf den Arsch. Nee, noch nicht ganz. Aha, wir sind bei 14 Minuten. Also, jetzt fast 15 Minuten. Ähm, ja. Schau dir das mal an. Ja, wie episch. Oh, hey, komm her. Oh, wie episch, zack. Oh, das ist ja mal übelst geil. Also, wenn ihr sehen wollt, wie ihr das gecraftet habt, guckt mal auf seinen Channel. Links zu in der Beschreibung. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Und dann von meiner Seite aus, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und hast du noch etwas zu sagen? Nö, ich hab hier Kohle noch reingelegt. Boah, das ist einfach so cool. Okay, ich leg mal meine. Moment, 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 ich hab noch was zum reinlegen. Zack. So, bei mir liegt es. Alter, so episch. Und da oben liegt das Koffer. Du weißt dann immer, okay, ich brauch Kohle, also mach ich richtig auf die Kohle und zack, ich hab die Kohle. Viel besser, viel besser, viel besser. Als scheiß Kisten. Ja, okay, dann machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, ein Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Mit dem Blick auf unser wunderschönes Regal. Beenden wir diese Folge. Ja. Und auf Wiedersehen.